Herzlich willkommen zum Neumondhoroskop im Monat Februar, was ein bisschen einen Vorschau erlaubt auf den März 2023. Und der Neumond findet am 20. Februar im Zeichen Fische statt. Jetzt kann man sich ja das Fischezeichen, was bedeutet Fische? Fische bedeutet einfach einmal so, dass das Jenseitige, das Alleins, den Traum, also im Prinzip alles, was unserer Realität entgegensteht, auch die Auflösung ist darin enthalten. Und dieses Horoskop hat es wirklich in sich. Also während die Sonne da etwas träumerisch ist und wahrscheinlich nicht so ganz in ihrer Kraft steht im Fischezeichen, im Ausdruck, wo man sich vielleicht nicht ganz so ausdrücken kann, wie man sich das wünscht, als Fische, Sonne vielleicht, kann der Mond natürlich, die Seele, kann da in die Ferne schweifen, kann da träumen und kann halt so richtig tief ins Gefühl eintauchen. Und in diesem Zeichen findet eben der Neumond statt. Wir haben allerdings ein wirklich Riesenpotenzial am Sternenhimmel, wo ich sage, also so geladen habe ich das schon lange nicht mehr erlebt. Und ich bin gespannt, was wirklich jetzt im März auf uns zukommt, denn da kommen einige Punkte wirklich zusammen. Und auf die möchte ich jetzt mal mit dir eingehen. Das Erste, was auffällt, ist, dass der Saturn, wenn du dir den anschaust, also Saturn steht ja in Konjunktion zu Sonne und Mond. Also der Saturn steht zwar noch im Wassermann, aber der steht in Konjunktion zu Sonne und Mond. Und das bedeutet eigentlich für mich, also das ist ja immer so, Saturn ist immer so, die Einschränkung ist ein bisschen so, das Recht ist das Gesetz, ist so die Norm, die da auch noch einmal drauf drückt. Also man möchte vielleicht Frieden, aber Saturn drückt drauf. Also für mich wäre das wirklich so ein Symbol, auch jetzt für den Ukraine-Konflikt oder generell die Entwicklung auch, dass man sagt, okay, man wünscht sich zwar Frieden vom Fisch her, weil Fisch ist so Heilung, Frieden, all eins, aber Saturn drückt da drauf, Saturn erlaubt das noch nicht in dieser Frequenz, wie er da jetzt so drauf drückt. Was da noch dazu kommt zum Saturn, der wird noch befeuert und zwar hat der noch ein Semi-Sextil zu Pluto, und Pluto steht da jetzt noch an der Grenze zum Steinbock. Das heißt, das ist eine absolute Machtmauer, eine Mauer der Macht, die da auf Sonne und Mond drückt. Also auch wenn man sagt, eigentlich sollte etwas friedlicher sein, ist da diese Härte, ist diese Sturheit da. Das deute ich jetzt mal für das Kriegsgeschehen nicht sehr positiv. Also da ist wirklich eine Erstarkung, eine eher, ich will nicht sagen unbedingt Verschärfung des Konflikts, kann schon sein, bitte, aber es ist auf jeden Fall eine Versteifung. Es ist also irgendetwas, es wird der Frieden auf jeden Fall eingeschränkt, beziehungsweise es wird nicht so möglich sein, friedlich zu leben oder friedlich zu sein mit diesen Konstellationen. Was noch dabei ist, wo das Saturn auch noch in einem Semi-Sextil hinstrahlt, ist die Venus. Und die Venus ist ja, ist so gerade noch in den Fischen, also das ist auch so das Träumerische, auch noch einmal das, wo fühle ich mich denn wohl? Und auch diese Venus ist da eingeschränkt. Und wenn man sich jetzt die Venus als Repräsentantin vom Stier vorstellt, also das ist auch noch einmal so ein bisschen so, also stell dir mal vor, deine Venus steht am Rande des Erwachens. Und das meine ich jetzt nicht im spirituellen Sinn, sondern einfach du schläfst und hast noch einen Traum und dann läutet der Wecker und reißt dich aus diesem Traum raus. Und du hast vielleicht einen Stress, du wirst da gestresst dadurch. Das ist so ungefähr diese Grenze zwischen Fische und Widder, wo die Venus steht und eben wo da Saturn dann auch noch drauf drückt. Und Venus als Repräsentantin des Stierprinzips, wo ja der Uranus gerade alles umwirbelt, also im Volk, im Revier, in den Grenzen. Also das ist so zwischen Auflösung der Grenze und wieder, also so kriegerische Auseinandersetzung auch im Land, also um Land und Erde. Also da würde ich wirklich auch sagen, okay, das schaut nicht gut aus für den Ukraine-Konflikt. Aus meiner Deutung heraus. Also das wäre so die Venus. Und die hat dann auch noch ein Semisextil zu Mond und Sonne. Das wäre jetzt natürlich so ein bisschen der, im Idealfall, wenn da nicht so viel drauf wäre, wenn das nicht so geladen wäre, wäre das auch der Liebestraum. Also das könnte ich mir da auch schon vorstellen, also dass man da durchaus romantisch irgendwie so aktiviert wird. Aber unter diesem Vorzeichen würde ich das eher, eben wie gesagt, ein bisschen vorsichtiger deuten. Es ist ja auf der Venus dann noch einiges mehr drauf. Also ich habe Saturn erwähnt. Ich habe auf der Venus auch noch ein Halbquadrat zu Uranus im Stier. Und jetzt stellen wir uns das noch einmal vor, diese grenzgängerin Venus zwischen Fischerprinzip, dem Traum, bis zu dieser Energieaufladung im Mars. Und da ist jetzt noch einmal ein Halbquadrat, das heißt ein Spannungsaspekt drauf, vom Uranus im Stier, im Zeichen der Venus. Also Uranus im Stier, diese große, wandelnde, revolutionäre Energie, schießt auch auf die Venus hin, die sich gerade eben an der Schwelle vom Fische zum Widerzeichen befindet. Und das könnte auch ein böses Erwachen geben, einfach mit den Konflikten, die man da führt. Und auch den territorialen Konflikten, die da geführt werden. Und die Venus ist ja noch nicht, also das ist noch nicht mal alles. Sie hat auch noch ein Sextil zu Pluto hin. Also auch da ist wieder diese Machtausübung. Pluto ist ja noch im Steinbock. Also diese absolute Kontrolle ist da eigentlich auch noch gegeben und steht noch drinnen. Und wir haben last but not least zu Venus auch noch eine Konjunktion zu Neptun. Und das heißt, das wäre dann noch einmal so dieses Auflösen, Auflösen von Land oder halt auch einfach dieser, dieser große Traum, das, also wo man sich wohlfühlt. Und das ist einfach, ich weiß nicht, also das ist mir zugeladen, als dass ich sage, okay, da kommt jetzt so das große Wohlgefühl. Obwohl jetzt natürlich Venus, Neptun an sich genommen so ein Liebestraum sein könnte. Oder eine gute Energie auch Leute, denke ich, auch wen kennenzulernen. Oder man wäre da auch offen für Flirts und so, also auf der persönlichen Ebene. Aber jetzt so auf der globalen Ebene gesehen, würde ich wirklich sagen, da werden wir einiges im März noch erleben, was so an Konfliktherden aufpoppt, meines Erachtens nach. Und das wird dann, wohin wirkt es denn aus? Es wirkt sich aus aufs zweite Haus, das heißt also aufs Stierhaus. Und das wirkt sich dann natürlich wieder auf Besitz aus, auf die Materie aus, auf das Volk wirkt es sich aus. Also da sind einfach Prozesse in Gange, wo wirklich, wo ich denke, das werden wir merken. Ich kann jetzt nicht sagen, was es genau ist, aber vom Gefühl her, da werden wir eine Transformation merken, auf jeden Fall. Also die Venus ist sehr stark aspektiert jetzt. Und es ist nicht nur die Venus stark aspektiert, bitte. Auch der Merkur, der im Wassermann steht, hat einige Aspekte zu tragen. Und zwar das erste ist ein Trigon zwischen Mars und dem Merkur. Und der Mars ist ja im Zwilling, im Luftzeichen und der Merkur ist im Wassermann, in einem Luftzeichen. Und die unterstützen sich jetzt. Da kann ich auf der einen Seite gute, neue Gedanken, neue Ideen haben. Es kann aber auch sein, dass eben wirklich durch diese ganze Luftgeschichte, einfach auch beim Bedienen von Maschinen sollte man aufpassen, unter Merkur, Mars. Also da ist einfach einiges in Bewegung. Und jetzt, wo ich darüber rede, zum Thema einiges in Bewegung, also diese Venus, die da auch so steht, das ist ja auch so mit dem Stier so ein bisschen die Erde, die Mutter Erde. Also da ist auch natürlich die Gefahr, so Erdbebengefahr, so Naturkatastrophen, wie wir es jetzt sehen, ist da natürlich auch durchaus gegeben. Aber wir haben jetzt, wie gesagt, den Merkur, Mars, Trigon. Auf der einen Seite gut, um Ideen anzugehen, aber nicht übertreiben, nicht zu, zu, zu geschafftig zu sein, nicht zu viel Baustellen auf einmal aufmachen. Also das würde ich da auf jeden Fall empfehlen unter dieser Frequenz. Der Merkur wird auch gut bestrahlt vom Jupiter mit einem Sextil im Widder. Und ja, also da kann man natürlich sagen, okay, das ist auch ein bisschen so diese Übertreibung. Also man merkt schon auch Merkur, was ist so unser Denken, die Funktion ist, auch so die Sprache ein bisschen und was auch so für Maschinen, für technische Sachen steht. Da ist ein irrsinniger Druck, eine irrsinnige Energie drauf, zwar viel Energie, aber ja, ob das dann nicht zu viel des Guten ist, bleibt dann natürlich abzuwarten. Denn der Jupiter steht ja im Mars und der ist ja auch dann zu schnell zu hoch. Also da könnte ich mir auch vorstellen mit zum Beispiel vom Wetterphänomenen her stürmen oder auch natürlich, dass das mit der Elektrizität, dass es da eine Überlastung so kommt. Das heißt jetzt nicht, dass da das große Blackout kommen muss, aber dass es da zu einer Überlastung kommt, könnte ich mir schon vorstellen, einfach durch eine Überladung des Netzes. Und das, was noch dazu kommt, und ich meine, es ist ja wirklich, wie gesagt, sehr geladen, ist Uranus hat ein Quadrat zu Merkur. Das heißt, der Uranus im Stier haben wir schon gehabt, Wandler der Materie, des Besitzes hat ein Quadrat zum Merkur im Wassermann. Also auch da eine rapide Einschränkung der Funktion, eine Transformation, eine, ja, eigentlich eine Revolution der Funktion. Und da würde ich wirklich auch, wie gesagt, aufpassen beim Bedienen von Maschinen und mal schauen, was sich so mit der Technik tut das nächste Monat. Also ich bin gespannt, was wir hören. Vielleicht fallen irgendwelche Kraftwerke aus oder, ja, who knows. Also das ist auf jeden Fall auch da ein Thema, dass der Merkur extremst belastet ist, dieses Monat. Wenn wir schon bei Semisextilen sind, auch der Mars hat ein Semisextil zum Uranus hin. Also auch Mars-Uranus ist ja das Plötzliche, das Unerwartete, ist die, ja, auch ein Symbol für die Explosion. Also, ja, da steht einiges auf Sturm und da wird sicher einiges umgekrempelt werden. Ja, was noch dazu kommt jetzt, wenn wir schon beim Mars sind, wir haben, wir haben ein anderthalb Quadrat zwischen Pluto im Steinbock und dem Mars im Zwilling. Und das ist eben auch nochmal so eine ganz, ganz intensive Spannung, eine ganz, ganz intensive Energie. Also da sehe ich jetzt nicht, dass sich da irgendwie über die Kommunikation großartig was ändern würde. Das ist eher nochmal der Streit. Das ist der offene Streit. Wer hat recht? Und keiner gibt nach, also das sind diese verhärteten Fronten. Also es wäre so viel Friedenspotenzial da, meines Erachtens nach, aber es ist alles verhärtet. Und meiner Meinung nach absolut, das ist wie wenn ich sage, ich kann mit einem Auto jederzeit vom Gas runter oder ich kann einfach links abbiegen, aber ich fahre geradezu auf eine Mauer. Und so kommt mir das jetzt vor, um dieses Symbol mal zu bemühen. Ja, wir haben, wir haben auch ein Semisextil zwischen Saturn und Pluto. Also das ist ja so, auch noch einmal diese Sturheit, dieses Fixieren. Und das fixiert natürlich auch noch einmal mehr den Saturn, der auf Sonne und Mond abzielt. Also da ist noch einmal diese Härte, dieser Druck ist einfach da spürbar. Und wir haben ein Semisextil von Pluto, natürlich weil der in Konjunktion ist, auch noch einmal auf Sonne und Mond hin. Und du siehst schon, da ist einiges los. Also da wird es auf jeden Fall nicht langweilig. Und wenn du dann noch dazu nimmst, den Spiegelpunkt über 15 Grad Wassermann, dann kann man auch noch einmal sagen, dann haben wir eigentlich eine konkrete Mischenergie, Sonne, Mond, Pluto, Saturn. Und ja, also das ist auf jeden Fall schon eine ganz, ganz festgefahrene Energie. Das heißt, es wird uns auf jeden Fall ein spannender März erwarten. Und da wird sich einiges tun. Also das sollten wir schon merken, dass da einiges in Bewegung ist und dass da einiges auf uns zukommt. Weil das müssen wir spüren. Also da denke ich, das werden wir auf jeden Fall global spüren. Für dich persönlich würde ich sagen, ja, was ist denn wichtig für dich? Mit so einem Horoskop. Also da kommt es natürlich auch immer darauf an, wo du deine Sonne stehen hast. Aber was ist denn wichtig jetzt für dich? Meditiere. Komm zur Ruhe. Gehe vielleicht mal auf etwas Lustiges wie einen Tanz oder hab Freude einfach. Also schau, dass du rausgehst, dass du dich bewegst. Auch sportliche Aktivitäten helfen dir da einfach Stress abzubauen. Erlaube dir, dich mit neuen Gedanken zu umgeben. Erlaube dir vielleicht ein gutes Buch zu lesen. Ja, warum nicht? Also das wäre so mein persönlicher Tipp für dich. Wie gesagt, vorsichtig Autofahren, vorsichtig Maschinen bedienen. Nicht zu viele Baustellen auf einmal aufmachen. Und die gute Nachricht ist, auch der März geht vorüber. Und dann schauen wir mal, was sich im April so tut. Ja, das wäre es eigentlich für das Neumondhoroskop. Du siehst, es ist mächtig was los. Und ich bin schon gespannt, was sich da alles abspielen wird und tun wird. Grundsätzlich noch einmal, ich bin ein grundlegender Optimist. Wenn ich so etwas sage wie, ja, da sehe ich einen Druck, da sehe ich eine Gefahr, dann möchte ich dich da einfach darauf aufmerksam machen. Aber ich will dir auf keinen Fall Angst machen. Und ich sage auch, niemals habe Angst. Sondern bleib in deiner Kraft, horch auf dich, sei ganz bewusst. Und egal, was da rundherum passiert, egal, was sich in der Welt rührt, du hast es in der Hand, dass du dich jederzeit wohlfühlen kannst. Und wenn du Dinge nicht ändern kannst, dann kannst du jederzeit die Einstellung zu diesen Dingen ändern. Und das macht dir bitte immer wieder bewusst. Du bist nicht ohnmächtig, du bist kein Opfer und du brauchst dich auch nicht fürchten. Du bist ein wunderbarer Mensch und ich wünsche dir vom ganzen Herzen alles Gute aus dem wunderschönen Lenz. Dein Oliver Arani. Tschüss, bis nächstes Mal.